Art Veluto ist eine dekorative, effektvoll schimmernde Spachteltechnik der Alligator-Farbwerke. Die Verarbeitung erfolgt in insgesamt drei Arbeitsschritten. Für ein optimales Ergebnis ist Art Deko Grund auf den Farbton Art Veluto abzustimmen. Mit der Rolle wird die Grundierung auf den Untergrund aufgetragen. Art Veluto selbst wird für den ersten Anstrich mit ca. 20% Wasser verdünnt. Das Material ist gut durchzurühren. Mit der kurzflorigen Mohair-Walze wird Art Veluto vollflächig auf den Untergrund aufgetragen. Der Verbrauch liegt bei ca. 80 ml pro Quadratmeter. Im nächsten Arbeitsgang wird Art Veluto mit der Venezianerkelle in kreisenden Bewegungen aufgetragen. Ca. 40 ml werden pro Quadratmeter aufgebracht. Nach kurzer Ablüftzeit ist die Fläche mit einer sauberen Venezianerkelle ohne Druck abzuscheiben. Die interessante Oberflächenwirkung wird durch die individuelle Verarbeitung des Handwerkers bestimmt. Aus den Basen Gold und Silber ist eine große Farbvielfalt über den Alpha Color Tönautomaten zu erzählen. Ausgerichtet auf die Gestaltung der Flächen sind 2,5 Liter Gebinde verfügbar, die für ca. 15 Quadratmeter Flächen ausreichen. Mit Art Veluto gestaltete Räume vermitteln Behaglichkeit und Harmonie. Egal ob in Privat- oder Geschäftsräumen, aber auch in öffentlichen Gebäuden. Edel in der Optik, erstklassig in der Verarbeitung. All das zeichnet Art Veluto aus.